Weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie der Stefan umgestanden ist und wahrscheinlich zu dem Vorhang gesagt hat, warum hast du auch Startnummer 13? Es ist... Natürlich, der Ablossrichter, du darfst nicht... Die dürfen die nicht runter, das ist... Schau, Janne Happonen, Janne Happonen! Oh, der war weit! Oh, schau, aber sein Knie, oh, ja, 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 ja. Das sieht recht spritzig aus. Ja, 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 aber... 240 Meter genau für den Finnern aus Luke 4. Aber schau, super durchgesprungen, Oberkörper bleibt unten, marschiert hier raussehe. Der hat auch schon in Probesprung angekündigt. War da schon 224 Meter, da sieht man, wie schnell der Radius kommt, drückt es rein. Aber da jetzt, da, da schaut er aus wie wenn da, ja... Greift er sich aufs Knie, ja. Wie wenn es ihm da bisschen einen Stich wieder gegeben hat. Aber trotzdem große Freude, auch bei ihm, bei Janne Happonen, unglaubliches Comeback in dieser Saison, nach zwei Jahren Verletzung.